Meine liebe Community, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin voller Freude, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist mir eine Freude, dich nicht zu sehen. Aber du siehst mich und komm damit klar. Wer weiß, wo du gerade sitzt? Schreib mal in die Kommentare, wo bist du eigentlich gerade? Wo bist du, wenn du dieses Video anguckst? Das wird mich mal interessieren. Denn Leute, schreib das mal unten rein. Ich gucke deine Videos. Da kommen bestimmt ziemlich witzige Dinge bei rum. Sei es drum. Ich habe einen Kommentar bekommen. Sehr schöner Kommentar, sehr langer Kommentar. Sehr hilfreicher Kommentar. Denn in einem Video, Hilfe, Wing Chun Sparring klappt nicht. Da oben ist es, klick es dir an. Da wurde ich gefragt, was man machen kann. Wenn jemand einen Blackout hat beim Training. Beziehungsweise wenn er die Handschuhe anbekommt sofort. Dass Adrenalin nicht mehr unter Kontrolle hat. Dass Testosteron anschwillt. Und was kann man da tun? Und dazu hat jemand geantwortet. Und darauf möchte ich gerne eingehen. Ich fand es gut. Der Frank hat sich gemeldet. Frank, danke, dass du mir diesen Kommentar geschrieben hast. Der hat mehr Wert tatsächlich für die Community auch. Frank85 schreibt. Ein gutes Video. Ich kenne diese Problematik aus meinem Training. Also wer jetzt nicht weiß, worum es hier geht. Schaut euch das Video an, was ich gerade angelinkt habe. Das könnt ihr unten auch, wenn ihr in die Videobeschreibung geht. Dann öffnet sich so ein Reiter. Da seht ihr alle Dinger, die ich als Infokarten markiert habe. Könnt ihr draufklicken. Könnt ihr als neues Fenster aufmachen. Und dann gleich sehen. Dann wisst ihr, worauf sich Frank hier bezieht. Mann, die Technik, die ist doch wohl richtig cool, oder? Also so sieht das aus. So machst du das. Ja, schadet nicht. Ich glaube, dass Harald, also sie ist ja, der davor die Frage gestellt hat. Guckst du dir an, hab ich was gesagt? Nicht nur zu schnell zu viel will, sondern glaubt, sich im Sparring beweisen zu müssen. Also, naja, genau, so ist das. Im Sparring fühlt sich jeder in einer Wettkampfsituation und will gewinnen. Wenn er als Anfänger mit einem besseren Partner zu tun hat, kommt Stress auf und es eskaliert. Es steigert sich, er, vielleicht ihr auch, er steigert sich so rein verkrampft, dass ihm in kürzester Zeit die Puste ausgeht. Das ist eine mentale Geschichte, die er sich erst mal selbstbewusst machen muss. Es ist Aufgabe des Trainers, ihn langsam an das Sparring heranzuführen. Auf jeden Fall sollte er zunächst mal nur ganz lockeres Sparring machen. Ob er sich unter Kontrolle bringen kann, kann ich nicht einschätzen. In meiner Trainingsgruppe gibt, beziehungsweise gab es welche, denen das nie wirklich gelungen ist. Darunter auch Fortgeschrittene mit Kampferfahrung im Ring. Für Kampfkunst oder Kampfsporttraining muss man sein Ego in der Umkleide lassen können. Als Trainer würde ich versuchen, daran zu arbeiten. Wenn es nicht gelingt, würde ich ihm nahelegen, zu gehen. Der letzte Satz, Frank, den kann man doppeldeutig verstehen. Als Trainer würde ich versuchen, daran zu arbeiten. Wenn es nicht gelingt, würde ich ihm nahelegen, zu gehen. Wenn es dem Trainer nicht gelingt, dem Schüler das beizubringen, sollte der Schüler besser gehen. Oder wenn der Schüler es nicht rafft, sollte er auch besser gehen. Könnte aber beides zutreffen. Was sagt ihr dazu? Also ich denke, das ist gar nicht so dumm, was er so sagt. Das Ego in der Umkleide lassen, das ist tatsächlich so. Ihr kennt die ganzen Videos hier. Und auch wenn ich mich wiederhole, Leute, aber es gibt ja auch ein paar neue Leute, die kennen das noch nicht. Und deswegen verrate ich es dir nochmal. Sparring ist Training. Man kann es nicht oft genug sagen. Sparring ist nur Training. Sparring ist ein Teil eines großen Puzzles. Und Leute, die keine Ahnung haben, denken immer, Sparring ist das Gesamtbild. Und ich puzzle mir die Dinge zusammen, damit ich Sparring beherrsche. Nein, das mag eventuell vielleicht im Wettkampfsport und eine andere Gewichtung haben als in der Selbstverteidigung. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Aber Leute, ich weiß ja nicht. Wenn ihr Profis seid, wisst ihr das. Das Sparring-Training ist und Sparring dazu dienen soll, die Techniken, die ihr in ganz vielen Sequenzen, von mir aus, bleiben wir mal in der Wing-Chung-Terminologie, in Schiesau-Sektionen, im sequentiellen Training, in freien Anwendungen, die ihr da eingeschliffen habt. Diese Techniken, die sollen jetzt in eine Sparring-Situation übertragen werden. Mit anderen Worten, um wieder bei der Wing-Chung-Terminologie zu bleiben, alle anderen Kampfsportler verzeiht mir das, gibt es aber Videos zu, wenn ich einen Packsau mache. Das ist es, ne? Fauststoß kommt an und ich wehre die mit einer klatschenden Hand ab. Also, ziemlich simpel. Gibt es ja im Boxen auch so ähnlich, ne? Dieses Wegpatschen. Ja, der ist der Gliedmaßen meines Gegners. Und ich übe das jetzt trocken. Schlag mich mal. Und das mache ich jetzt 500 Mal. Dann müssen sich beide auch in der Lage sein, die Faustschoner anzuziehen und jetzt macht der andere einfach irgendwelche Angriffe. Ich weiß aber nicht, was passiert und die Packsau in dem Fall muss trotzdem funktionieren. Und das ist ja nur ein Beispiel von x Beispielen. Also, egal von Handtechniken, Ellenbogentechniken, also bleiben wir bei Armtechniken bis hin zu den Beinen, Rumpftechniken, Schrittarbeit, Körperstruktur und so weiter und so fort. All das, was ich also in diesen freien Sequenzen trainiert habe, tausendmal Latzau, bis zum Einpennen, Chisau, bis zum Einpennen. Ja, das muss jetzt übertragen werden in eine Situation, wo mein Gegenüber, mein Partner in dem Fall, wir sind jetzt hier beim Sparring, nicht kooperativ ist. Er macht jetzt nicht mehr das, was ich will. Ich sage ihm nicht, mach mal mit rechts und V-Stoß und ich versuche die und die Technik. Nein, er macht irgendwas. Und ich muss dann meine Skills, die ich erlernt habe in stundenlangen Training, durch Schweiß, Blut und Tränen, das muss ich jetzt abrufen können. Das muss ich jetzt bewerkstelligen können in einer Situation, wo mein Partner nicht kooperativ ist. Und da fange ich an, das Ganze ruhig zu machen. Und wenn meine Technik nicht funktioniert, weil ich sie vielleicht nicht vernünftig ausgeübt habe und werde getroffen, dann darf ich nicht die rote Lampe ankriegen. Dann muss ich ruhig bleiben und durchatmen. Denn Sparring ist Training. Und wenn ich einen Gewicht kriege, habe ich was falsch gemacht. Oder ich habe die Technik noch nicht ganz begriffen. Aber irgendwas hat jedenfalls nicht gepasst. Also muss ich dann daran arbeiten, damit das beim nächsten Angriff, der so ähnlich ist, dann plötzlich funktioniert. Das ist das ganze Geheimnis. Das ist Sparring, liebe Leute. Das ist völlig egal, in welcher Kampfsport du Sparring machst. Ob das im BJJ oder Luta Livre in der Bodenlage ist und dort gespart wird. Ob das im Boxen ist, wo die sich was auf die Maske hauen. Die feuern auch ihre Kombination ab und versuchen durchzukommen, obwohl der Partner oder Gegner seine Deckung oben hat und sich schützt. Oder ob das im Wing Chun ist, wo wir viel mit Trapping Arms arbeiten, Trapping Hands, also versuchen mit viel Armkontakt durchzukommen und zum Gegner zu kommen. Das ist überall das Gleiche. Es geht immer um das Prinzip, ein unkooperativer Gegner und ich versuche meine Skills abzufeuern, abzurufen, die ich im Training erlernt habe. Das muss nicht immer hart sein und schnell sein und gewalttätig sein. Absolut nicht. Sparring kann ganz sachte beginnen und kann sich immer weiter steigen. Logischerweise, wenn du zwei Kontrahenten hast, die schon gewisse Erfahrungen haben, musst du auch ein bisschen mehr ankommen als Miep, Miep, Miep. Grundsätzlich ist es ja so, gerade im Wing Chun haben wir sowieso das große Problem, da wir ja kaum K.O. Stöße oder K.O. Schläge haben im Wing Chun. Das ist ja auch das, was oft kritisiert wird, aber das ist nun mal unser System. Das ist so. Er hat BJJ ja auch nicht. BJJ kann dir die Arme und Knochen brechen, aber die haben jetzt auch keine K.O. Schläge. Chokes, okay, aber der K.O. Schlag, der fehlt auch in solchen Kampfsportarten. Nicht nur da, gibt noch andere. BJJ hat jetzt ein Beispiel. Völlig egal. BJJ ist cool. Ich will BJJ nicht schlecht machen. Ich war mal da. Habe ich hier ein Video zugemacht. Kannst du dir angucken, da oben. Aber es muss nicht immer mit 100% Gewalt ausgeführt werden. Das ist Quatsch. Das hat mit Sparring nichts zu tun. Das ist einfach, weil man irgendwie es nicht gerafft hat. Und Sparring schult mehrere Ebenen. Mentale Ebene. Die körperliche Ebene. Die Psyche. Leute, die Sparring machen, da entwickelt sich auch eine ganz andere Psyche. Die werden ausgeglichener, ruhiger, selbstbewusster, stärker, schmerzunempfindlicher. Gibt es ganz viele Berichte zu, habe ich mir sagen lassen. Ganz viele Leute haben das auch schon mal wissenschaftlich beleuchtet. Wenn da jemand von euch dort draußen mal so eine Arbeit in den Händen hat, schickt sie mir zu. Ich bin neugierig. Ich möchte das lesen. Ich möchte wissen, was da alles so passieren kann. Aber es verändert sich ganz, ganz viel in deinem Körper. Du wächst an dem Sparring. Denn Sparring ist Training. Trainiere also gut und hart. Und schau dir das an. Und lass ein Abo und ein Like da. Wir verstehen uns. Tschüss.